Abends gehe ich shoppen in Key West mit meiner Kollegin Simona. Wir flanieren über die D.Wall Street, um den Kosmetikverkäufern direkt in die Arme zu laufen. Bitte? Seid ihr zusammen? Wunderschön. Ja, ist sie. Keine zehn Sekunden später stehen wir im Laden. Bei den Verkäufern beginnt die Routine. Ihre Arbeit besteht nun darin herauszufinden, wie viele Dollar sie aus uns für ihre Beautycreme herauspressen können. Die erste Woche jeden Abend auftragen, danach nur einmal die Woche. Die Packung hält ein Jahr. Simona ist schon mal geködert. Nun bin ich dran. Die Verkäufer hoffen auch, mich von der Creme zu überzeugen. Unumwunden fragen sie meine Finanzkraft ab. Ich spiele mit. Was fährst du? Oh, BMW. Ich fahre Mercedes, einen SL 63. Laufen die Geschäfte ja gut. Also dann gönnen sie ihr doch mal mehr als eine 50 Euro Creme. So läuft der Hase. Der Verkäufer bringt mich als den zahlenden Begleiter in eine Zwickmühle. Was sind schon ein paar Dollar. Aber wie viel genau nochmal? Und was soll's dann kosten? 399. 399 für? Für ein Jahr. Wissen Sie was, ich kann mir einfach eine kalte Bierdose auf die Augen legen. Bier? Nein, nicht das Bier, nur die Dose. Ich bin jetzt wirklich nett. Sie kaufen eins und das zweite ist für ihn ein Geschenk. Ohne Mehrkosten. Ihr kauft eins und bekommt zwei. Online kostet das 700. Dieser hohe Internetpreis lässt Kunden glauben, ein Schnäppchen zu machen. Bei dieser Creme sei er wegen einer speziellen Zutat gerechtfertigt, sagt die Verkäuferin. Sie sagt, da ist Gold drin. Deswegen soll es so teuer sein. Ja, ja, Gold. Da ist Gold drin? Ja. Für 399? Mann, das ist doch immer noch verdammt viel Geld. Das ist das beste Produkt auf dem Markt. Die beiden merken, dass sie ich nicht bereit bin, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Aber ohne ein Geschäft wollen sie mich nicht gehen lassen. Der Mann unterbreitet mir ein letztes Angebot. Versteht er? 249? 650 Euro war der Online-Preis. 370 wollten sie haben. Jetzt gehen sie auf 230 runter. Ich kaufe. Aber nur, um das Zeug einer Hautarztin zu zeigen. Bevor ich den Laden verlassen darf, muss ich ein Dokument unterschreiben. Unser Schicksal ist besiegelt. Das Geld ist weg. Vorbei. Aus. Ende. Nach rund 40 Minuten sind wir wieder draußen. Und irgendwie bin ich ganz froh. Was sind die aggressiv, was sind die pushy. Ich drehe diese Sendung seit 5 Jahren. Aber so ein dreistes Verkaufen, so ein dreistes Draufspinnen auf den Kunden, so ein aggressives Marketing habe ich noch nie erlebt. Ich bin über 200 Euro losgeworden. Ich kann wirklich für ein bisschen Bodylotion fast 300. Und ich werde der Sache dann ein Ende setzen müssen. Weil jeder Tourist, der da reinläuft, der ist das Geld los. Wofür genau bezahle ich so viel? Ist die Kosmetik so viel Geld wert? Da frage ich die Hautarztin Dr. Uta Schlossberger. Über die Inhaltsstoffe und Preise habe ich sie vorher informiert. Was ist denn da drin? Irgendwas Magisches? Ja, Gurke, Tonerde, dann haben wir mehrere Konservierungsstoffe und Bindemittel. Wir haben außerdem in der einen, die ein bisschen preiswerter war, haben wir noch Hyaluronsäure drin. Was bitte für eine Säure? Hyaluronsäure. Ist ein sehr vernünftiger Wirkstoff, haben aber auch schon Cremes für 2 Euro. Haben Sie irgendwas gefunden, was den Preis rechtfertigt? Ein Inhaltsstoff, der besonders teuer ist? Vielleicht haben die Goldfäden in die Packung eingebogen. Aber ansonsten, die Inhaltsstoffe rechtfertigen, meiner Meinung nach, maximal 8 bis 14 Euro. 8 bis 14 Euro von den Inhaltsstoffen. Da tun wir noch ein bisschen Marketing drauf und verdoppeln und von mir aus verdreifachen diesen Preis auch. Aber wir haben nach Verhandlungen gestern hier 250 bezahlt. Die Kollegin 200 für dieses hier. Was sagen Sie dazu? Das ist unverschämt. Also das ist wirklich eine Abzocke. So ist es. Vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Wiederhören. Ciao. Wir gehen erneut auf die Duval Street. Der Laden hat offen und Demonstranten sind wieder vor der Tür. Es stellt sich heraus, es sind Mitglieder einer empörten lokalen Seniorengruppe. Sechs Stunden täglich halten sie hier ihre Schilder hoch. Im Schichtbetrieb. Das habe ich ja noch nie gesehen, vor so einem Laden mit dem. Schaltet es mal an. Da geht jetzt wirklich keiner mehr rein. Die Leute stoppen hier rechts, sehen das Schild und gehen raus. Hallo. Wie geht's? Sind Sie der Besitzer des Ladens? Sind Sie der Geschäftsführer, der Besitzer? Ich bin Peter, arbeite für das Deutsche Fernsehen. Hallo. Okay. Wir recherchieren für meine Sendung über guten und schlechten Tourismus. Okay. Und wir haben bei Ihnen ein paar Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das, was Sie hier machen, ist gegen örtliche Gesetze. Warum? Weil Sie gegen ein paar Gesetze verstoßen haben, erst gestern Abend, als wir hier waren. Sie haben uns nicht vorschriftsmäßig informiert. Wissen Sie was? Ich bin Deutscher, kenne mich mit den Gesetzen hier nicht aus, ich mache sie ja nicht. Aber was ich glaube, das hier ist eine Abzocke. Wollen wir drinnen sprechen? Bitte? Wir können uns drinnen unterhalten. Und mir wäre draußen lieber. Wissen Sie, ich will niemanden belästigen. Ich auch nicht. Ich will aber nicht auf dem Gehweg sprechen. Also? Okay, kommen wir auch rein. Ohne Kameras. Ohne Kameras? Das ist mir ein bisschen problematisch. Also, was machen Sie hier wirklich? Ernsthaft? Machen Sie die Kameras aus. Machen wir nicht aus, gestrahlt wird es ja ohnehin. Wenn Sie nicht wollen, dann muss ich Sie bitten zu gehen. Ich rede nur ohne Kamera. Geht doch mit der Kamera bitte ein bisschen weg. So viel Offenheit überrascht mich ja schon fast. So, was machen Sie hier? Das ist doch eine riesige Abzocke. Warum? Weil Sie die Produkte total überpreisen. Ich muss Sie bitten zu gehen, sonst hole ich die Cops. Sie holen die Polizei? Gern, Nutzung? Ich muss... Sie haben mich doch reingebeten. Bitte verlassen Sie mein Geschäft. Okay, okay, aber Sie haben mich reingebeten, das wissen Sie. Es ist kein Problem, smart zu sein. Es ist kein Problem, smart zu sein, aber es ist ein Problem, betrügerisch zu sein und Leute abzuzocken. Das ist es nicht. Das ist eine Abzocke. Bitte verlassen Sie den Shop oder ich hole die Cops. Ich bleib gern draußen, jetzt stehe ich auf der Straße. Aber gehen werde ich auch nicht. Also, mit uns sprechen will der nicht. Ich hätte ihm gerne erzählt, worum es hierbei geht. Aber wir müssen hier auch gar nicht viel machen. Für heute ist dieses Geschäft geschlossen. Da geht auch keiner mehr rein. Gentlemen, ihr macht einen tollen Job. Aber mal ganz im Ernst, haben die irgendwelche Argumente? Sie sagen, Sie haben keine Verstöße. Aber das haben wir doch gestern Abend bewiesen. Richtig. Die lügen einfach. Sie lügen. Ganz einfach, sie lügen. Und es ist überteuert, das Zeug hier drin ist ziemlich wertlos, vielleicht 20 Dollar und nichts anderes als Creme aus der Drogerie. Ein deutsches TV-Team ist den Betreibern dann doch zu viel. Sie haben die Polizei gerufen. Der Officer nimmt mich zur Seite. Was ist hier los? Nichts von meiner Seite aus. Ich bin deutscher Journalist. Mein Team und ich berichten hier über Touristenfallen. Der Beamte kennt das Problem, bittet mich aber, den Laden nicht noch einmal zu betreten. Sonst müsse er mich festnehmen. Es ist ja nicht das erste Mal in unserer Sendung, dass wir von der Polizei einen Besuch bekommen. Es gibt ganz klare Regeln hier. Ich stelle mich jetzt hier zu den Herren rüber und genau hier darf ich stehen. Ich darf dort nicht rangehen und erst recht nicht reingehen. Das habe ich auch nicht vor. Also tue ich, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist. Ich warne deutsche Urlauber. Die Begeisterung bei den Bürgern von Key West ist ungebrochen. Jeder findet das klasse, dass die Senioren hier stehen und einfach mal Stopp sagen. Weil sowas verdirbt den Ruf dieses wunderschönen kleinen Stätzchens für immer. Und das darf nicht geschehen. Dafür ist Key West viel zu schön. Ihr humour的 locale St вещи. Da halt,多 instructor und glaube ich freue mich. To Toussaint. âr-Dürgern Bis zum nächsten Mal.